Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Am Samstag steht unser Ausbildspiel an gegen Wien Wiesbaden und auch das ist natürlich unfassbar wichtig für unser klares Ziel, dem Wiederaufstieg, auch wenn es dort natürlich aktuell viele Hürden gibt. Ansonsten ist da das Transferfenster noch bis morgen Abend geöffnet und wir blicken nochmal darauf, was nun passieren könnte nach dem fixen Deal mit Mörkin. Ansonsten haben wir auch noch ein paar weitere Themen im Gepäck und ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal rein in die aktuellen S04 News. Und legen los mit einem Thema, was rund um Schalke 04 auf jeden Fall für Unruhe sorgt. Unruhe, die man meiner Meinung nach zum aktuellen Zeitpunkt zusätzlich überhaupt nicht gebrauchen kann. Es geht um die Torwartdiskussion, um den Beraterstreit mit Fährmann-Berater Stefan Bax, denn der hat sich ja über den Umgang von seinem Klienten Ralf Fährmann geäußert und auch Schalke ganz klar kritisiert, vor allem auch Thomas Reis attackiert, dass man es eben nicht nachvollziehen kann, wie man eben die ganze Geschichte des Torwartwechsels mit Ralf Fährmann so kommunizieren kann. Es ist eine Geschichte, über die wir hier gestern auch schon ausführlich gesprochen haben, deswegen will ich gar nicht wieder alles aufrollen, aber es gibt eben diesen Berater Zoff im Tor und von Marius Müller, der Berater Dirk Petroschinski, der hat das auf jeden Fall nicht lange sitzen lassen und gegenüber der dpa nun auch mal klar gekontert. Im Endeffekt versucht hier ein Berater durch Druck in der Öffentlichkeit Unruhe in den Verein zu bringen, um seine eigenen Interessen über die des Vereins zu stellen. Eine mehr als fragliche Vorgehensweise und ich glaube, damit bringt auch Müllers Berater Dirk Petroschinski die ganze Geschichte ganz gut auf den Punkt, denn natürlich kann auch durchaus Fährmanns Berater Kritik an Schalke 04 äußern, vor allem vielleicht auch das intern machen, aber eben mit so einem Thema genau zu diesem Zeitpunkt jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen und dann auch in der Art und Weise bringt einfach unnötige Unruhe in unseren Klub hinein, die man in der aktuellen schwierigen Situation eh nicht gebrauchen kann. Deswegen finde ich es immer wieder überraschend, wie sich Stefan Bax öffentlich so äußert, ist ja übrigens auch der Berater von Alexander Nübel, auch dort gab es ja immer wieder sehr fragwürdige Aussagen und nun eben auch wieder beim Thema Ralf Fährmann. Wie gesagt, man kann sicherlich auch Kritik äußern, wenn eben die Art und Weise der Kommunikation nicht gut war, aber jetzt diese Unruhe in den Verein reinzubringen durch ein solches Thema, was vor allen Dingen auch Thomas Reis ja gar nicht gebrauchen kann, kann ich persönlich nicht verstehen, denn es gibt eben aktuell eine klare sportliche Argumentation, warum Marius Müller im Tor steht. Es gibt keinen Grund daran, rein sportlich irgendwas zu verändern und deswegen war es vielleicht auch ganz gut, dass hier Müllers Berater nochmal gekontert hat. Ich hoffe aber auch, dass die ganze Geschichte jetzt ein bisschen ruhen wird, wobei ich mir auch sicher sein werde, dass bei der Pressekonferenz auch dahingehend natürlich nochmal Thomas Reis mit Fragen ordentlich bombardiert werden könnte. Mal gucken, wie es hier auf jeden Fall weitergeht. Kommen wir deswegen lieber zu den sportlichen Themen und dort ist natürlich auch eine große Frage, wie sieht es eigentlich aktuell aus in Sachen unserer Zielsetzung, denn die war ja vor dem Saisonstart ganz klar ausgelegt mit dem Wiederaufstieg und nach vier Spielen in Liga 2, einem Sieg und drei Nährlagen haben ja viele schon auf jeden Fall ja den Mut verloren, das schaffen zu können. Zumindest mal in Sachen Fans und für andere Hechelmann bleibt das Ziel aber ganz klar gegeben. Es ist eine herausfordernde Liga mit großen Klubs, die alle danach streben, in die Bundesliga zurückzukommen. Auch wir haben unser Ziel bewusst formuliert. Wir wissen, dass das ambitioniert ist, weil andere Vereine denselben Anspruch haben, hat unser Sportdirektor mal gegenüber von Sportbazza erklärt und grundsätzlich will man sich auch wirklich auf sich selber konzentrieren bei Schalke 04. Wie deren jeweilige Situation monetär aussieht, kann ich nicht beurteilen. Ohnehin gilt, wir schauen auf uns und wissen, was in unserem Rahmen möglich ist. Wir haben einen klaren Plan. Der ist so gestrickt, dass wir finanziell nicht all in gehen. Wir wollen hier nachhaltig etwas aufbauen und dabei den maximalen Erfolg erreichen. So Hechelmann und deswegen gilt auch wirklich wirtschaftlich vernünftig zu handeln und trotzdem eben auch damit den sportlichen Erfolg zu haben. Und deswegen spricht man hier auch wieder von einem Drei-Jahres-Plan, den man sich auch jetzt wieder vorgegeben hat, um den Wiederaufstieg zu schaffen. Sprich, es wäre sogar möglich oder besser gesagt, dieser Drei-Jahres-Plan, den man auch jetzt wieder vollzogen hat, erlaubt sogar rein aus finanzieller Sicht einen Nicht-Aufstieg. Und trotzdem will man natürlich den maximalen sportlichen Erfolg. Dadurch ist es möglich, auch organisch zu wachsen und die Stabilität weiter zu steigern. Insofern könnte der Verein ein zweites oder drittes Jahr in der Liga verkraften. Aber wir haben natürlich ein kurzfristiges Ziel. Und das ist schnellstmöglich, erfolgreiche Spiele abzuliefern und Ergebnisse zu liefern. Denn laut Hechelmann sei auf jeden Fall ganz, ganz klar, der Aufstieg ist und bleibt das Ziel. Das ist eben auch deren eigener Anspruch. Und das muss für ihn auch der Anspruch von Schalke 04 sein. Und Hechelmann ist auch davon überzeugt, dass man das hinbekommen kann. Wir sind komplett von unserer Mannschaft überzeugt. Der Weg zum Aufstieg ist aber eher ein Marathon als ein Sprint. Uns ist bewusst, dass wir nicht perfekt hineingekommen sind in diesen Marathonlauf. Hat Hechelmann hier nochmal seine Herangehensweise erklärt und auch wie er die ganze Geschichte so einordnet. Ganz interessant, es gab nun auch nochmal Aussagen von Martin Freisel, unserem Aufstiegstorhüter, der sich ja immer noch auch als Schalke 04 Fan sieht. Und viele haben ja durchaus die Befürchtung, dass auch Schalke ähnlich durchgereicht werden könnte wie Arminia Bielefeld. Und einer, der das gut beurteilen kann, ist Martin Freisel. Und das hat er gegenüber der Bild-Zeitung auch mal getan. Diese Klubs lassen sich nicht vergleichen. Schalke hat anders als Arminia einen Kern an Spielern, der weiß, was es bedeutet, für so einen Verein zu spielen. Latza, Kaminski, Drexler, Tirodde. Zum einen haben sie zu viel Erfahrung. Zum anderen sind das Charakterjungs. Typen, die sich nochmal ganz anders wehren. Sie verstehen den deutschen Fußball, wollen Dinge rumreißen, egal zu welchem Preis. Dazu hat Schalke als Verein ein stärkeres Band mit den Fans. Das macht enorm viel aus. Und besonders spricht für Schalke eben auch Freisels Kumpel und das ist Simon Tirodde. Schalke hat einen Torjäger, der 24 Treffer garantiert. Diese Quote lässt gar nicht erst zu, dass du gegen den Abstieg spielst. Das hat uns bei Arminia gefehlt. Und klar sind das jetzt erstmal nur Worte von Martin Freisel, der auch seit einem Jahr nicht mehr bei uns ist. Und trotzdem ist das sicherlich nochmal ganz gut zu hören. Denn er hat natürlich auch Einblicke davon, was eben auch bei Arminia Bielefeld schiefgelaufen ist. Und dass man eben auch diese beiden Storys nicht miteinander vergleichen kann und nicht miteinander vergleichen sollte. Klar, der Wiederaufstieg ist ein Ziel, was wirklich ambitioniert ist. Ich finde es aber auch trotzdem weiterhin vollkommen richtig so, dass man auch daran glaubt, dass man es schaffen kann. Und dass eben auch das die klare Zielsetzung bleibt. Und genau dafür haben wir nun einen neuen Linksparteidiger verpflichtet. Derry John Merkin trägt nun unser Trikot. Hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Und der 24-jährige trägt nun die Rückennummer 5. Und André Hechelmann hat mal erklärt, was man sich von ihm auch erhofft. Mit Derry John verpflichten wir einen dynamischen und schnellen Linksverteidiger. Mit seinem Profil passt er genau in unseren Kader und schließt die noch offene Lücke. Derry John ist gerade 24 Jahre alt geworden, hat viel Potenzial und wird nun auf Schalke den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Vor allem auch Thomas Reis hat auch nochmal erklärt, was denn Derry John Merkin so mitbringt. Derry John ist ein schneller und konditionsstarker Spieler, der sich unter anderem durch viele intensive Läufe und seine Zweikampfstärke auszeichnet. Er ist nicht nur ein aggressiver und robuster Verteidiger, sondern wird zusätzliche Offensivimpulse in unser Spiel bringen. Und deswegen ist eben auch klar, dass Merkin uns sofort helfen soll und er freut sich sehr, für Schalke nun auflaufen zu können. Ich wollte unbedingt zu Schalke wechseln und freue mich, nun das blau-weiße Trikot zu tragen. In den Gesprächen haben mir die Verantwortlichen genau aufgezeigt, was sie sich von mir versprechen. Ich brenne darauf, mit den Teamkollegen vor den S04-Fans aufzulaufen. Und Derry John Merkin wollte eben auch nur zu Schalke 04 wechseln. Unter anderem der FC Southampton und der FC Genua waren auch an ihm interessiert. Aber für ihn war klar, nein, ich will nur zu Schalke 04 gehen. Er kostet uns wohl rund eine Million Euro inklusive Bonuszahlungen. Das berichtet die WATS. Die BILD berichtet hier von einer Ablöse, die sich erstmal auf 800.000 Euro beläuft, plus noch eine Weiterverkaufsbeteiligung. Also irgendwo in dem Bereich 800.000 bis eine Million bewegt sich die Ablösesumme. Und damit haben wir eben dann auch den gesuchten Linksverteidiger gefunden. Und damit könnte man natürlich meinen, dass unsere Transferaktivitäten abgeschlossen sind. Schon vor ein paar Tagen gab es ja die klare Aussage, man will eigentlich nur noch in der Abwehr einen Linksverteidiger holen. Das wird mit Merkin nun getan. Mit Callas kam natürlich aber auch noch ein neuer Innenverteidiger. Und wie es ausschaut, könnte wohl auch noch ein Neuzugang für die Flügel kommen. Denn wie die WATS berichtet, sucht Schalke nach den Verpflichtungen von Thomas Callas und Derry Merkin nun auch noch eine Verstärkung für die offensive Außenbahn. Also man ist auch weiterhin auf der Suche nach einem Flügelspieler. Und für mich ist das wirklich eine gute Nachricht. Und ja, auch der Name Tim Skarke kursiert weiterhin. Er ist und bleibt hier ein Kandidat. Man hat Interesse an ihm, aber eine feste Verpflichtung ist aktuell nicht zwingend realisierbar. Zumindest ist es aktuell schwierig, ihn fest zu verpflichten, weil das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt wohl derzeit einfach nicht stemmbar ist, berichtet hier nochmal die WATS. Das Gesamtpaket ist einfach zu teuer für Schalke. Und trotzdem finde ich, ist es auf jeden Fall richtig so, hier auch noch nach einem Neuzugang zu suchen. Denn unsere Flügel haben zwar Quantität, mir fehlt aber dort neben Kenan Karaman ein zweiter möglicher Stammspieler. Und auch wenn Tim Skarke in der Rückrunde meiner Meinung nach noch nicht alles gezeigt hat, was er kann und auch vielleicht einen Ticken zu wenig gezeigt hat, um jetzt wirklich all in zu gehen, ist er für mich schon auch ein Spieler, der das Profil mitbringt, uns auch als Stammspieler helfen zu können. In welchem Ausmaß das dann ist, in welchem Scorer-Wertebereich wir uns dort bewegen, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber schon, dass er im Vergleich zu Tobias Mohr oder auch Soichiro Kusuki eine Verstärkung ist. Und dann hätten wir eben mit Karaman, Lassem und Skarke drei mögliche Stammspieler, mit Kabadahji einen jungen Herausforderer. Und bei Mohr und Kusuki muss man da mal gucken. Also ich bin der klaren Meinung, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal was machen. Und dass eben dann der Name Tim Skarke gehandelt wird, ist natürlich logisch. Klar, es gibt auch noch andere Kandidaten, viele Fans sprechen ja immer wieder über Tanguy Koulibaly, ehemaliger Stuttgarter, der immer noch vereinslos ist. Wäre sicherlich auch ein durchaus interessanter Spieler. Für mich persönlich ist es einfach wichtig, hier nochmal zuschlagen zu können. Tim Skarke passt ins Profil, könnte uns sicherlich auch kurzfristig und direkt weiterhelfen, wenn er vielleicht dann heute oder morgen noch direkt kommt. Und trotzdem gibt es natürlich auch hier noch einen Verein, der mitspielen muss. Und das ist Union Berlin. Die sind auf jeden Fall auch bereit, jetzt ein paar Spieler offensiv abzugeben. Vor allem auch Tim Skarke hat zwar dort eine wirklich gute Vorbereitung gespielt, als linker Schienenspieler. Jetzt ist Robin Gussens da, dadurch war er auch letzte Woche gar nicht mehr im Kader. Und der ist auf jeden Fall zu haben. Trotzdem ist Union Berlin auch ein harter Verhandlungspartner. Deswegen kann es schon sein, dass die eine Ablöse fordern, die für uns einfach zu hoch ist. Ausleihen ist wohl auch nicht zwingend möglich, weil sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft. Klar gäbe es die Option, dass er diesen bei Union extra verlängert, um eben verliehen werden zu können mit anschließender Kaufoption Kaupppflicht. Ich denke mal, das wäre sogar noch am besten für uns. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass man hier nochmal ein neues holt. Und wenn es eben dann Tim Skarke wird, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Denn noch einmal, ich finde, wir brauchen auf den Flügeln nochmal wirklich einen neuen Spieler. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.